. Na, Jona? Klappt es nicht, oder was? Komm. Geht doch. Die Macht ist stark in dir, junger Maik. Die macht das Bier, wa? Ich bin auf der bierseitigen Seite der Macht. Ja. Klappt doch wie geschmiert. Ah, Fuchs, Alter. Hey, Palaman. Was hältst du eigentlich von Agda? Magda, Magda. Die macht sich nackter, Alter. Magda ist richtig geil, Alter. Nee, nee, nee. Diesmal nicht, Magda. Das geht um die Rechte im Internet. Die? Das ist der Maushand, Alter. Aber die linke Hand ist auch wichtig, wenn man sich im Internet bewegt. Vor allem alleine, Alter. Nein, das Urheberrecht. Ich hab keine Uhr, Alter. Ist mir doch egal, was die mit dem Recht machen, Alter. Mann, das ist ein Anti-Piraterie-Abkommen. Wollen sie 51 jetzt den Hahn abdrehen und ihn fertig machen, oder was? Mann, keine Pussy-Piraten, Mann. Nehmt Internet. Naja, ich wollte ja auch im Internet letztens mir Downloading machen. Pirates of the Caribbean 4. Von Mega-Upload. Hat mir ihnen einen Link geschenkt. Aber haben sie es zugemacht. Wegen den Zeit-Urrechten. Wahrscheinlich. Nee, nee, pass mal auf. Ein Beispiel. Du machst ein Video mit deiner Braut. Alles klar. Die Bilder sind da in meinem Kopf, Alter. Genau. Hup. There it is. Hup. There it is. Dann läuft nämlich im Hintergrund. Marvin. Wie bitte? Wer ist Marvin, Alter? Wie kommt der in meine Bude? Und warum will der Penner mich beim Pamsen stören, Alter? Den klatschig raus. Nee, 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 Mann. Marvin Gay. Let's get it on. Yeah, Baby. Gay, Alter? Auf keinen. Let's get it on. Bei mir läuft nicht Gay im Hintergrund, Alter. Bei mir läuft richtig Gangster-Rap oder was, Alter. Oder vielleicht R&B, Alter. Aber nicht Gay. Nee, nee, Mann. Und du filmst euch dann dabei. So, weißt du? POV. Wie? Ich bin Kameramann und Pornostar zugleich. Wie soll das gehen, Alter? Ich bin noch nicht schizophren. Ich kann mich nicht aufteilen. Mann, im Urlaub zum Beispiel. POV. PAILA PIMPERT PARAGUI oder was? Oder Mike in Brasille, wie is das? Genau. MIND-COMMS Brasilien, Alter. Nee, Mann. Weißt du, wenn das, wenn da Musik im Hintergrund ist. Im Video. Soundtrack? Meinst du? Das ist eben verboten. Das geht eben einfach nicht. Kannste knicken, ist vorbei. Ja? Warum, Alter? Ist doch Soundtrack, Alter. Ist normal. Ja, jeder Film hat Soundtrack, Alter. Warum soll mein Paila Pimpa Paraguay nicht auch richtig geile Mucke haben? So ein bisschen Salsa und so ein bisschen Bunga Bunga, Alter, ist doch geil. Wenn du im Takt bleibst. Natürlich, Alter, ich mach Double Time, Alter. Dumpstep Pimpa. Paila Pimpa Paraguay in Pressluft-Power, Alter. Brrrr, brrrr. Flippen die aus, die Weiber. Aber weißt du was, Paila? Lass das Thema mal Ad acta legen, weißt du? So wie der Grieche sagen würde. Aber weißt du was, ich leg mich lieber mit meinem Adapter zu Magda, Alter. Pssssssss. Ich soll ja auch nicht leben wie Bernadina. Wat? Der war nicht schlecht, wa? Passt. Wieder ein Programm heute, Alter. Okay, du war immer nüchtern, Alter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.